Äh, zack. Ich renne auch zu viel. Ich darf nicht so viel rennen. So viel essen habe ich nicht mehr. So. Zack. Erstmal die Umrahmung. Kann man das Garagetor als geheime Hintertür. Weiß ich noch nicht. So, alles noch gucken. Alles noch hier, äh, in Progress, würde ich sagen. Aber kann man sich ja mal merken. So, machen wir die Ecken auch schon mal ordentlicher. Sieht man nicht, aber wäre ja sonst Fusch am Bau, wenn wir das weglassen, ne? Wenn dann hier der, der, äh, der Prüfer guckt und das sieht, heißt es wieder Fusch am Bau und wir kriegen hier, äh, Ärger. Ja, so. So. Jetzt muss ich mir noch überlegen. Ich baue mal eben eine professionelle, eine provisorische Tür. Eine professionelle, provisorische Tür, um zu gucken, aus was wir die bauen. Das ist zu viel. Hm. Hier haben wir vielleicht doch die normalen Türen hier für vorne. Für vorne normale Türen, oder? Vorne Workbench fällt mir grad mal auf. Das wäre ganz praktisch. Wenn ich hier hinten eine Workbench hätte. Kann ich da aus der Tür bauen? Jawohl. Oh ja, voll die tolle Musik. Moment. So. Das geht auch nicht klar. Wir haben da hinten noch andere, warte mal, wir hatten da hinten noch andere Blöcke. Ich gucke immer in die falschen Kisten. Wir hatten hier noch Gold Placed Rusty Purple. Haben wir auch einen Hammer hier? Ein Carpenters Hammer? Nee, ne? Habe ich den dabei? Weil damit kann man ja auch noch andere Sachen machen. Mit dem Hammer kann man ja noch... Habe ich einen Hammer hier? Nice. Okay. Wie sieht das denn so aus? Das hätte schon eher was. Ist halt die Frage, was macht man da oben hin? Das nicht. Das sieht alles so monströs aus. Vielleicht mache ich hier? Ah, warte mal. Ich bin doof. Moment. Ich brauche einen Schüssel. Der liegt da hinten. Ich muss eh pennen. Ein Schiesel. Nee, den nicht. Den brauche ich. So. Moment. Jetzt muss ich aber mal... Wenn ich einmal klicke, rechts... Nee, macht er beide. Okay. Ich will mir die jetzt alle mal angucken. Das gibt's so viele. Äh... Vertical Venting. Aber wo sind denn die... Die? Ach, das ist ein... Ah, auch geil. Aber Moment, 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 Moment. Ich will das jetzt nicht abreißen. Deswegen gucke ich mal, ob Franz das irgendwo auch hat. Im Keller vielleicht. Hat der auch Lüfter hier? Franz kann das ab. So, warte mal. Technical Block. Ah, okay. Okay. Und bauen wir denn das jetzt wieder zusammen? So wollte ich das eigentlich nicht, aber ist ja okay. Ah, jetzt kriege ich das wieder nicht hin. Moment, das war nicht so. Was war anders? Das waren die rostigen. Ah, nein. Das darf ich so nicht machen, nicht mit Shift. Hallo? Die waren das. Nein. Ich will den Franz das doch nur wieder zusammenbauen. Unten drunter hat er die nicht so gemacht? Oder fehlt mir jetzt ein Block? Das war nicht so. Aber ich weiß nicht, wo der letzte Block ist. Sagt es nicht dem Franz. Nee, keine Ahnung. Wo ist der Block? Moment. Der hat die bestimmt hier. Da. Very rusty metal plate. So, jetzt muss ich den wieder irgendwie... Muss ich den wieder zusammenbauen. Wie ätzend. So, very rusty metal plate. So. Hat er es nur so gemacht? Deswegen fehlte mir ein Block. Das kann sein. So ist es ja einfacher, ne? Die Leiter ist voll geil. Okay. So. Ach, mit dem Hammer kann ich einzelne Blöcke entfernen? Gut, dass ich das jetzt auch gelernt habe. Das wusste ich nicht. Haben die gutes Essen hier in den Kisten? Ich glaube, ich habe schon mal geguckt. Ne. Da sind meine Tomaten. Die ich im echten Leben nie essen werde. Aber hier esse ich sie. Nom, 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 nom. So, warte mal. Wie hieß der Fan? Ein Fan. Ich baue jetzt einen Fan. Technical Block. Ja, 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 ja. Kriegen wir den auch irgendwie, äh, easy? Ne, ne? Wir brauchen Steine und Eisen. Ja, gut, das haben wir. Yay. Okay. Äh. Wo habe ich die ganzen Steine hingetan, die ich gebacken habe? Ich habe extra Steine gebacken. Ich bin so fertig, Leute. Das ist unglaublich. Die kann ich auch nochmal zurückschüsseln. Kann ich die nämlich auch nochmal zurückkoppeln. Moment, wo ist der Ofen? Warte mal, wir stellen jetzt erstmal den Ofen hier wieder hin. Okay, ich habe den irgendwo im Rucksack drin. Das könnte jetzt lustig werden. Da nicht. Das ist Koppel drin. Da ist Eisen drin. Boah, Kompass, ich packe dich jetzt weg. Du gehst mir so auf den Sack. Äh. Das kann auch weg. Den Ofen habe ich aufgestellt. Da hinten. Aber den habe ich wieder mitgenommen. Und das war ein Fehler, meine Freunde. Das war ein Fehler. Da muss der Ofen. Da. Da sind noch die Steine. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Oh, da ist auch Eisen drin. Und Gold. Und Glas. Verdammt, ich brauche alles. Ich habe keinen Platz. So. Koppelstone. Holz, Holz. Komm, Holz. Ist egal. So, jetzt habe ich hier noch. Da ist meine Workbench. Färben. Ich kann die auch umbenennen. Das ist jetzt, äh. Aber ich bin so faul. Und dann halte ich mich doch nicht dran. Weil ich habe gerade keine Ordnung. Deswegen brauche ich die. Bin ich völlig be... Ach, Jesus. Ich sage euch, Minecraft macht kaputt im Kopf. Okay, hier ist kein Stein drin. Alles klar. So. Ich hatte gerade doch noch ein paar Koppels mitgenommen. Da. Dann habe ich das weg. So. Ich glaube, wenn ich Komatit schmelze, kommt ein Komatit raus, ne? Weißt du was? Weg damit. So. So, wir haben Stone. Jetzt können wir uns diese Technical Blocks machen. Die gehen wie? Okay. So. Das kriege ich nicht gezogen. Ne, das kriege ich... Da bin ich zu blöd für. So. Zack, zack, zack. Was soll das jetzt? Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh. So, davon brauche ich jetzt nicht so viele, denke ich mal. Weil die soll ja nur Akzenten. What love it there? Genau das. Ach, die muss ich auch noch schizzeln. Jetzt haben wir hier auch nochmal zig Möglichkeiten. Gears, oh, das ist ja geil. Den müssen wir uns auch nochmal angucken. I'm a big fan of this massive fan. Moment, Moment. Wir müssen... Ich wollte eigentlich nicht zwei davon. Äh, äh. Ich finde diesen kaputten Ventilator schon cool. Aber das ist ja geil. Zahnräder, Mann. Mbittloch-X-V 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 See you next time! Bis zum nächsten Mal.